Frenkel Frotzelt Heute Let's play Scania Truck Driving Simulator Willkommen bei der zweiten Folge Scania Truck Driving Simulator Ich bin immer noch beim rückwärts einparken und ich werde mir dann gleich irgendwann das Leben nehmen Weil der aber auch so streng ist Jetzt mal ganz ehrlich Ich bin doch fast drin Ah Mann Ich bin doch fast drin Das sag ich beim 6 auch immer Ach Mann Ich treibe mich echt in den Wahnsinn hier mit dieser Kack-Scheiß-Aufgabe Der will's aber auch ganz genau, oder? Das kann ich doch keinem anbieten, ey, hier Ich kann doch keine Let's Play Let's Play rückwärts einparken machen hier Verfluchte, Scheiße Kann der jetzt bitte einfach gerade da reinfahren Nein Bitte Aber merkt ihr was? Ich taste mich langsam rein Auch das sag ich immer beim 6 Oh Gott, ist das peinlich Kopf abrückwärts Bursche Fahr einfach rein jetzt Einfach rückwärts Ja So ist fein Bitte Mach das Symbol grün Bitte Scheiß auf Zusammenstoß Sag halt einfach, dass es passt jetzt Verflucht Ja Ja, ich hab's gerade Ah, Scheiße Noch ein Stück zurück Komm Komm Da war doch grün jetzt So, und dann muss ich den Auflieger noch abkoppeln, ne? Mann Also das ist jetzt Millimetergeschisse hier Welcher Korinthenkacker hat denn das programmiert hier? Los Haha, los Bisschen weiter vor noch Ja, nein, nicht so weit Ach Gott, ey Affenarsch, ey Das kann ja wohl nicht wahr sein Neue persönliche Bestzeit Welchen Minuspunkte hab ich denn? Wenigstens hab ich die Außenansicht nicht verwendet Oh, Scheiße Und jetzt kommt das Ganze nochmal links rum Oh, nein, ey Ey, wisst ihr, was ich mir antu? Nur für euch, ey Was heißt das jetzt versetzt? Ne, 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 ne Ach, rückwärts fahren Arsch Mann Überspringen So, also Und dieselbe Scheiße nochmal Hab schon keine Lust mehr Hab schon keine Lust mehr So Jetzt rückwärts Ja, ich seh schon Mal wieder ein bisschen Ich kann's gar nicht beschreiben Warum das so schwierig ist Es ist auf jeden Fall eine ganze Ecke schwieriger als beim German Truck Simulator Ich weiß nicht genau, woran es liegt Es liegt auf jeden Fall daran Dass die Entwickler es ganz genau wollen Das haben wir ja gerade vorhin gesehen So, jetzt muss ich mich irgendwie wieder ein bisschen rantasten hier Komm, schwenk andersrum Also da muss ich mir irgendwann mal Videos angucken Von, von, von Leuten Die es wirklich drauf haben Das Das will ich mal sehen, ey Wie die das machen Vielleicht gibt's da ja irgendeinen LKW-Fahrer-Trick Wo ist denn ein LKW-Fahrer, wenn man ihn mal braucht Um ihn mal was zu fragen Wisst ihr was Das kann ich jetzt mal Ich mach das jetzt ganz anders Da ich diese Drecks Fuck Scheiß Blöd Polygone E umfahre Wenn ich da rückwärts einpark Kann ich sie genauso Erst alle umrammen Und dann wieder Rückwärts reinfahren So, wo sind sie? Jetzt bin ich einmal außenrum gefahren Ich werde wahnsinnig Ich will doch da gar nicht hin Moment mal Da ist die Karte Ne, da müssen wir hin Also ein bisschen Großzügiger ausschwenken Das muss ich dann auch probieren Ob ich Fußgänger totfahren kann Das ist ja immer sehr wichtig für mich Nicht, weil ich gewalttätig bin Nein, nein Ne, aus reinem Realismus Gedanken heraus So, und jetzt mach ich das nämlich so Und dann kann mich das Spiel mal kreuzweise Ja, ach Punktabzug Ob es mich stört Es kratzt mich nicht im Entferntesten Das würde nämlich so oder so passieren So, und jetzt passt auf Jetzt wieder gleich einen ganz coolen Trick Also wenn ihr euch das Spiel kauft Oder wenn ihr es habt Und an dieser Aufgabe verzweifelt Dann macht es einfach so wie ich Also Schauen wir mal überhaupt Ob es funktioniert wirklich Ich bin ja rückwärts gefahren jetzt, oder? Also kann ja keiner was sagen Komm Ab Schräg Schräg Jetzt fahr da rein Ich bin da jetzt wirklich rückwärts gefahren, oder? Kann sich doch keiner beschweren Warum giltet denn das jetzt nicht? Muss ich ganz rausfahren erst? So Und jetzt fahren wir rückwärts Nochmal rein Ja, ich bin zu weit versetzt wahrscheinlich Deswegen zählt es nicht Ah 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 Hahahaha Vorsichtig Wer will denn auch schon rückwärts rein? Ich bin hetero, verflucht! Kann das so schwer sein? Ach, ich erwarte nicht. Es ist doch nicht zu fassen hier, ey. Also ich möchte bitte, dafür möchte ich bitte Likes, ja. Likes ohne Ende. Ich mach das nicht, weil es mir Spaß macht oder so. Ja, jetzt hatte ich gerade wieder einen Denk- und Lenkfehler. Weil ich es aber auch nicht raff irgendwie, ey. Warum geht denn das nicht? Ja, komm jetzt, bitte. Ach, Zusammenstoß, mein Ass, ey. Das Problem ist, ich kriege das Lenkrad, glaube ich, gar nicht gerade, wenn ich, äh, wenn ich nicht dabei fahre. Ja, und, äh, ich vermute mal, dass das sogar verflucht realistisch ist hier. Also ich schätze mal, im wirklichen Leben ist das wirklich so schwer. Könnte ich mir vorstellen. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Für mich braucht man mal, braucht man nicht mal einen Türsteher. Ich komm auch so nicht rein. Oh Mann. Komm, ein Stück rüber noch. Ach, fuck you, ey. Also, das tut mir jetzt sehr leid, dass das irgendwie nicht klappt. Ja. Aber stellt euch mal meine Qual vor, ja. Für mich ist das noch viel schlimmer. Als für euch. Ja, das sah im Ansatz doch schon sehr gut aus. Und dann habe ich es wieder voll versimpelt. Also, nochmal, versuchen wir nochmal diesen Super-Trick, den ich eigentlich anwenden wollte. Das war ja im Ansatz nicht schlecht, glaube ich. Das Problem ist, ich komme ja nicht mal vorwärts richtig gerade rein, ey. Ach, komm. Scheiß auf, zusammen Stoß. Oh, nee, jetzt häng ich aber noch fest, oder was? So viele Punkte können die mir gar nicht abziehen. So viele Punkte kann man nicht mal schaffen, glaube ich. So, Freunde. Jetzt machen wir mal auf ganz blöd. Jetzt versuchen wir es mal so. So, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es aber wissen. Äh. Ha. Ja, also ich hätte das alles ganz gewaltig abkürzen können. Äh. Ha. 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 So, jetzt machen wir mal eine neue Bestzeit. Passt auf. Das geht wirklich. Ich glaube es halt nicht. Also, da hat es sich ja dann doch schon wieder gelohnt. Allein um das herauszufinden. Ich mache hier jetzt quasi die, ähm... Scania Truck Driving Simulator The Game. Komplettlösung. Mit Tipps und Tricks. Für Menschen, die noch blöder sind als ich. Wenn das nicht mal der Brüller-Tipp ist. Mach das so wie ich. Schaut genau zu. Es funktioniert tatsächlich. So. Muss mal gerade werden. Ja, ja. Zusammenstoß. Ein kleiner Zusammenstoß lässt sich nicht vermeiden. Das ist wie wenn eine Frau Auto fährt. Ha. Ha. Ja. Ich sollte die Klappe halten. Ich weiß. Zack. Man kann auch vorwärts rein. Ich fass es nicht. Und ich quäle mir hier einen ab, ey. Und wir sind jetzt fast schon am Ende der zweiten Folge. Ach, was heißt es? Fast schon. Ich ende jetzt hier mal. Ich habe die Schnauze jetzt erst mal voll. Ich fahr jetzt erst mal Pause, ey. Ich will auch nicht wissen, was da noch alles kommt. Das, was ihr jetzt hier seht, das mache ich heute nimmer. Das mache ich morgen. Okay. Ja, das werden wir morgen ausprobieren. Bis dann. Ich mag nimmer. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.